Eine weitere sehr schöne Neuerung für die Zusammenarbeit in Gruppen sind die sogenannten Pakete. Pakete sind spezielle Dateien, die zur Sicherung und Weitergabe der Camtasia Ressourcen wie zum Beispiel Vorlagen, Tastenkombinationen, Bibliotheken, Farbschemas und Profile geeignet sind. Wie erstelle ich so ein Paket? Ganz einfach. Sie gehen auf Datei, Exportieren, Paket und jetzt werden Ihnen nach und nach die Sachen angeboten. Also ich wähle einfach hier mal das Default Template, wähle bei den Farbschemas mein Firmenfarbschema als Bibliothek. Hier eine eigene Tastaturbibliothek, die ich mal erstellt habe. Meine Tastenkombinationen habe ich nicht geändert, deshalb brauche ich die nicht. Aber Favoriten habe ich geändert und bei den Werkzeugen habe ich auch nichts erstellt, deshalb brauche ich die auch nicht. Ich habe also hier wirklich die freie Wahl, klicke dann einfach auf Exportieren, wähle einen Dateiordner und klicke auf Speichern. Jetzt wird eine Datei erstellt mit der Endung CAM Package und in dieser Datei ist entsprechend alles vorhanden. Wenn Sie jetzt das Ganze in Camtasia verwenden möchten und das einem Kollegen geschickt haben, dann muss dieser Kollege einfach nur über Datei importieren, Paket genau den Gegenbefehl aufrufen, wählt die Datei aus, klickt auf Öffnen und hat ab dem Moment dieselben Favoriten wie Sie, dieselben Templates und so weiter und kann mit denselben Farben und so weiter arbeiten. Eine tolle Neuerung, viel Spaß beim Ausprobieren.